Das brauchen wir, wir brauchen auch dringend besseres Werkzeug. Also nach den Schweinen, die Schweine machen wir jetzt noch auf jeden Fall, aber nach den Schweinen müssen wir uns dringend um besseres Werkzeug kümmern. Also wir müssen, ich bin halt so in dieser Landwirtschaft und ich verstehe es auch, weil das ist ja auch geil, aber es bringt nichts. Ich muss einfach unbedingt besseres Werkzeug besorgen. Hallo Jess Bob. Ja, die Ziegen, die kommen auch, die kommen auch die Ziegen, aber ich brauche besseres Werkzeug. Das Werkzeug ist so trash, das wir haben. Das ist ein richtiges Problem. Das verbraucht sich so schnell. So, ich habe doch safe hier. Steine, oder? Jawohl. Und ich habe hier auch bestimmt Stöcke, oder? Jawohl. Und dann kann ich doch bestimmt einfach mal 14 Steinmesser herstellen, damit wir ein bisschen länger unsere Ruhe haben. Jawohl. Und dann öffnen wir das. und öffnen das auch da rein und dann passt das gut. Hat deine Frau mittlerweile geworfen? Meine Frau hat ein Kind geworfen, ja. Du musst mal ganz kurz hier weggehen. Sorry. Sorry. Ich will dich eigentlich gar nicht aufhalten, aber wir müssen die Leinsamen hier kurz prügeln. So, und jetzt müsste ich eigentlich, wenn ich das jetzt hier rein, also wir haben jetzt Haferkorn hier, rote Beete und Leinsamen und damit müsste sich das jetzt eigentlich alles von sich aus auflösen oder also klären quasi und dann müsste ich hier kurz her und müsste aus dem Leinengaren, also aus dem Leinendings, die ich habe, Leinengaren herstellen. Sehr gut. Wir brauchen ein viel größeres Flaxfeld. Das reicht vorne und hinten nicht. Und dann müssen wir hier hin und müssen einen Fischspeer herstellen. Dafür fehlt uns noch ein Holzstamm. Den holen wir noch schnell. Wir brauchen viel mehr Flax. Viel mehr. Also wir brauchen eigentlich nur Flaxfelder gefühlt. Das ist irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Also mit allem anderen komme ich. Ach, das sind mittlerweile 800 Stroh. Mit allen anderen Sachen komme ich halt irgendwie aus, aber mit dem halt gar nicht. Das ist irgendwie. Haben wir gar keine Stämme gerade mehr? Doch. Ja, und du kannst halt auch nur einmal im Jahr Flax anbauen. Exactly. Also es ist schon heavy irgendwie. Wie viel braucht deine Näherin? Noch gar nichts. Ich bin noch nicht mal dabei, ich bin noch nicht mal dabei, Kleidung herzustellen. Also das, das, den Punkt haben wir noch nicht mal. Ähm. Also ich versuche bis jetzt nur Fischsperre umzusetzen, damit meine Fischerin fischen kann. Wir machen eigentlich noch nichts anderes mit der Näherei. Also die Näherei produziert bis jetzt nur Felsschuhe. Ja, das macht sie alles nicht. Da. Säckchen und Leinengarn. Das macht sie bis jetzt. Machen die Schafe dann, also kann man aus Schafen auch Leinengarn machen? Schafe sind Wolle. Das ist dann Wollgarn. Nutzt man dann einfach Wollgarn stattdessen? Aus Schafen. Ja, ja. Man nimmt die Schafe und man drescht die Schafe. Das heißt, man braucht später nicht mehr so viel Leinen-Dings. Säckchen. So, wo ist mein Säckchen? Wo ist mein Säckchen? Säckchen. Da. Da ist es Weizen. Da ist es Haferroggen. Da ist es Flachs. Man braucht beides. Dann brauche ich noch ein Feld. Ich will nicht noch ein Feld. Guckt euch an, wie viele Felder ich mittlerweile habe. Ich will nicht noch ein Feld. So, Hafer muss noch angebaut werden auf jeden Fall. Hafer brauchen wir noch ganz dringend. Und wie viel habe ich denn jetzt noch von den Leinen-Samen? 37. Wir könnten noch ein 8x4 Feld machen. Oder wir machen ein 4x10 Feld. Und machen es voll auf die... Oder ein 4x9. Dann hätten wir 36. 37. 37. 8x10. Jetzt, kannst du noch nicht loswerden. Alexander��, heute geht 175. 30. 35. 25. 30. 31. 29. 31. 31. 32. 31. Ich schaue nur, wie das aussehen würde. Vier mal neun wird doch gut aussehen da. Vier mal zehn wird auch gut aussehen, aber vier mal neun ist vielleicht sogar besser. Aber vielleicht auch lieber so. Wir sind in die Länge gezogen zwischen den Bäumen. Dann müssen wir nicht jeden Baum komplett abhacken. Ich kann es nicht glauben, dass ich gerade noch ein Feld anlege. Mich werden die Steuern so erschlagen im Winter. Mich werden die Steuern so erschlagen im Frühling. Ich werde euch so in den Ohren liegen. Ich werde einfach im nächsten Frühling ausrasten und werde euch einfach vollheulen. Ich habe acht Felder, baue aber auch nicht alles an. Ja, ich versuche gerade, glaube ich, das erste Jahr jetzt alles anzubauen. Ich glaube, wir haben jetzt maximal ... Also das Einzige, was jetzt wirklich positiv ist, ist, dass ich die ganzen Felder wirklich fast komplett das ganze Jahr durchnutze. Also das heißt, ich kriege auf jeden Fall zu viel von allem, was ich dann halt auch verkaufen kann. Wir haben halt noch nicht alles an Plantagen. Das kommt alles noch. Also ... Jetzt fehlt uns dann halt wahrscheinlich wieder Dünger. Das ist halt der Scheiß. So. Jetzt können wir aber hier auf jeden Fall auch den Zaun abreißen zwischen den beiden Feldern. So. 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 . So. 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 Schweine. Wohin damit, ist die Frage. In der Nähe der Felder, oder? Ja. Es wird halt da drüben so crowded mittlerweile. Und auf der anderen Seite haben wir halt nix so. Aber theoretisch gesehen. Könnte man hier noch ein großes Haus hinbauen. Ah, das wird zu eng. Das wird zu eng, so. 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 aber die schweine neben die schneiderin zu packen ist halt auch irgendwie weird weil dann einfach alles an kleidung was sie näht immer nach schwein riecht das ist halt auch eher doof so lecker kleidung die nach bacon riecht das wäre die andere einstellung dazu hallo exp hier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, dass es dir jetzt langsam wieder gut geht oder dass der Verlauf, den du hattest, entspannt war Sooo... Das haben wir Wir gehen auch gleich schlafen damit es hell wird und wir noch ein bisschen was gebaut bekommen Ach du Scheiße, lass mich hier bitte kurz rein bevor ich verhungere Ach Scheiße, Shiro, gute Besserung Verstehe noch nicht, wie man die Häuser aber nennen kann Es gibt zwei Möglichkeiten Ähm... Du kannst entweder direkt vors Haut hinlaufen und an diesem Schild direkt verwalten drücken Also... So... Ne, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit Du kannst, wenn du in der Häuserwahl bist und du hast ein Haus ausgewählt steht da unten eigener Name Ha Und damit kannst du es umbenennen Du musst halt wirklich in der Häuser-Sicht sein Ähm... Und nicht noch eins weiter reingedrückt Sobald du quasi in das Haus reingedrückt bist Also... Da dir die genauen Details anzeigen lässt geht's nicht mehr Du brauchst die Hausliste Das ist so ein bisschen verwirrend gemacht, finde ich Alter, der Frühling ist echt viel Arbeit So Der Frühling ist echt viel Arbeit So Geben wir mal Gib mir mal Holzstämme Und zwar alle Das war einmal nur eine Grundplanung machen Wie das dann aussehen soll Genau Weil Hier packen wir die Tür hin Achso Ich muss die hier erst weg machen Hier packen wir die Tür hin Hier machen wir zu Hier machen wir ein Fenster Hier machen wir zu Hier machen wir zu Und hier machen wir zu Und dann ist das eigentlich So ganz süß Und dann darf ich noch nicht vergessen Hier oben auch noch Steine hinzupacken Und hier Steine hinzupacken Und das Dach auszutauschen Damit das kein Blödsinn ist Und dann wollen wir auf jeden Fall einen schönen geilen Lattenzaun haben um das Ganze herum Damit die Schweine nicht überall spazieren gehen und dann die Tür hinzupacken das Ganze dann und dann mit dem machen Und so und dann das Ganze Vielen Dank. Die Schweinchen müssen halt auch viel Platz haben, sonst geht das alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Es müssen ja alles schöne, glückliche Biotiere sein, die in schöner, ordentlicher Freilandhaltung gehalten werden. Und nicht in irgendeinem kleinen Enclosure. Das wird halt ein bisschen sehr groß dann, weil wir dann halt da auch schon so nah dran stehen. Dass das mit einem anderen Haushalt da auch problematisch werden könnte. Wenn ich das da schon... Aber so ist halt klein. Mmh... 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 Ich probiere mal die zwei unterschiedlichen Größen aus. Wir nehmen das Größere. Oh, mein Holzhammer. Ich hab mich grad richtig erschrocken. Ich dachte mir gerade, was ist jetzt los? Heilige Scheiße. Stöcke. 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 Haben wir auch keine mehr gerade. Wir haben Probleme mit Essen, Leute. Wir haben Probleme mit Essen. Wir haben... Wir haben es tatsächlich jetzt am Ende doch noch geschafft, alles aufzubrauchen an Kohl, was wir hatten. Ich glaube, wir haben nicht mehr genug Kohl. Tatsächlich. Tatsächlich. Muss ich gleich gucken gehen. Ist das zu viel Platz für die Schweine? Es sieht halt schon ein bisschen Unverhältnismäßig aus, oder? Ah, es sieht halt irgendwie Es sieht halt so gigantisch aus Vor allem, weil ich da jetzt die ganze Zeit Sowieso nur zwei Schweine drinnen haben werde Weil ich mir nicht mehr leisten kann Es sind halt immer noch Pixel, Pia Es ist schön, dass du Freilandhaltung toll findest Aber es sind immer noch Pixel Machen wir so ein Mittelding draus Bis zum nächsten Mal ja das sollte reichen das sollte wirklich reichen das heute wirklich reichen was ist denn jetzt essenstechnisch das probieren wir haben keinen kohl mehr krass aber wir müssten eigentlich gulasch noch herstellen können wie sonst was ja müsste eigentlich einfach ein topf müsste ja eigentlich noch gehen das müsste doch eigentlich alles noch gehen woher dass sie das nicht hinbekommen gerade wird ja eigentlich ohne probleme machbar sein oder wie viel brauche ich dafür damit das umgesetzt wird ach das war jetzt nur ein eintopf und dann brauche ich brauche ich ich brauche holzschalen für den ganzen scheiß warum stelle ich denn so viele herr holz teller her wenn ich nur schalen brauche leute wir müssen aufhören ich muss aufräumen gehen ach ich habe ihr so viele schalen na gut brauche ich echt noch eine dritte küche ich brauche echt noch eine dritte küche kacken da ist das problem gelöst jetzt habt ihr wieder alle genug zu essen seid froh da haben wir heute echt viel geschafft da kommen jetzt die schweinchen rein dann da haben wir echt echt viel geschafft heute heilige scheiße ich glaube da passt nur ein arbeiter rauf rein auf stufe eins wenn ich das richtig gesehen habe ja du kannst da nur einen reinpacken auf stufe eins leider das macht ein bisschen den struggle aus da haben wir hühner da drüben haben wir unendlich viele felder da aber noch mehr felder und da drüben arbeiten also das hier wird das ziegenenclosure das ist was es wird langsam wird langsam so ein richtiges richtiges geiles dörf land der baum muss noch weg der stört leider mittlerweile der ist zwar hübsch aber der ist halt voll im weg das ist ein richtiges dorf geworden heilige scheiße mit allem drum und dran und da unten wird dann also hier wird der hauptplatz quasi hier haben wir platz dafür da habe ich einen apfelbaum gesät damit wenn der mitte vom hauptplatz ein apfelbaum haben weil ich das ganz schön fand und hier müssen wir jetzt dann auch wieder anfangen häuser zu bauen also weiter gehen die felder jetzt dann wahrscheinlich nicht oder kühe kuhweide würde sich ja auch anbieten potenziell aber hier ist halt der der platz so offen der der hauptplatz ist hier so offen vielleicht packt auch noch ein haus rein mal schauen ich möchte eigentlich noch so ein gebäude haben das ein bisschen abschließt aber eigentlich nicht auf der seite weil das ist eigentlich so schön dass es so offen ist vielleicht pack ich hier noch eine scheune hin oder so einfach damit das so ein bisschen mehr ja damit es nicht so damit man nicht so krass rein sehen kann und das wirklich so ein dorfzentrum wird das so eingekesselt ist von gebäuden so ich muss gehen leute ich muss gehen da gibt es nichts mehr wir können jetzt nicht noch weiter verlängern hallo mopsi ihr lieben es war mir ein fest es hat ich muss wirklich gehen bin ich hier es hat super viel spaß gemacht ich danke euch dass ihr mit dabei wart vielen 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 lieben dank für eure zeit die ihr im stream heute mit mir verbracht habt zwar unfassbar lustig ich liebe dieses spiel ich gucke dass ich euch morgen einen einen wochenplan hochlade für die ganze woche damit ihr auf dem schirm habt was wir diese woche machen es kommt auf jeden fall noch mehr medieval dynasty ich hoffe dass ich christian der kings 3 endlich mal wieder unterbringe eventuell noch mal ein bisschen mehr dune elder scrolls online sind viele spiele die ich gerade auf die ich gerade bock habe und ich hoffe wir kriegen da einiges diese woche unter falls ihr es noch nicht gemacht habt würde ich mich extrem darüber freuen wenn ihr noch auf mal bei meinem neuen youtube channel vorbeischauen würdet ich habe heute dort meinen zweiten wie log hochgeladen da fließt sehr sehr viel sehr sehr viel mühe sehr sehr viel schweiß sehr sehr viel leidenschaft gerade mit rein deswegen würde ich mich extrem über ein follower auf dem youtube channel freuen und über einen daumen nach oben auf mein blog es haben eh schon meine mods haben es eh schon gespammt und dann würde ich euch jetzt noch zu maurice weber weiterschicken der spielt dune weil ich gefragt wurde wann ich endlich wieder dune spiele kommt die woche auf jeden fall aber jetzt könnt ihr euch das heute auf jeden fall noch mal bei maurice angucken richtet ihm liebe grüße von mir aus seid dort lieb seid nett und ja sagt hallo auf jeden fall von mir und ich hoffe wir sehen uns am montag wieder im stream ich bin morgen nicht online ich habe morgen ich habe morgen einen freien freien tag ich bin morgen nicht online aber um 18 uhr ist kalle morgen eine stunde online und macht eine krasse ankündigung und wenn ich ihr wäre wäre ich da auf jeden fall morgen um 18 uhr im start und sonst sehen wir uns am montag wieder ich danke euch für den schönen stream es hat super viel spaß gemacht wir sehen uns montag tschüss